Hallo Leute, weiter geht's bei Shadow of the Colossus. Ähm, steh bitte auf. Danke. Im letzten Mal haben wir hier gespeichert und ich habe jetzt keine Erinnerungen mehr, wo lang wir gehen müssen. Ja super, und jetzt ist der Weg auch nicht mehr zu erkennen, welchen wir genommen haben. Shit. Das ist jetzt nicht ganz so cool, aber... Äh... Steig auf, danke. Da hinten ist auf jeden Fall Sonne. Kann ich mich wieder kurz orientieren gehen? Aha. Was war es nochmal für ein Gegner? Oder was habe ich mir hier vorgestellt? Eine Art Schlange oder irgendwie sowas. Also... Äh... Hier hinten lang, irgendwie. Okay, dann sind wir vermutlich so geritten, ja das kann ungefähr sein und dann geht's da vorne weiter. Gut. Gut. Sorry für dieses kurze... Äh... Nichtwissen. Wow, Vögel. Aber es ist halt schon wieder ein paar Tage her, seit der letzten Aufnahme. Oh mein Gott. Ich denke, wir sind hier richtig. Da vorne ist was zu erkennen. Ganz langsam, Agro. Ganz vorsichtig. Da vorne, das Ding da. Nee, das ist nur ein Stein. Hier drin, bestimmt irgendwo. Wo ist das Vieh? Da hinten irgendwo. Oh. 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 Siis. Na-ah. Oh. 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 Ach du Scheiße. Ist das eine Art Wurm? Oder ich weiß es auch nicht. Wo ist der Penner? Wo ist er? Da irgendwo. Da hinten ist er. Okay. Keine Ahnung, was er tut. Oh Pferdchen, geh weg. Jetzt springen. What? Wie viel Schaden hat uns das Vieh gerade gemacht? Was zur Hölle? Okay, Agro, das war nicht cool. Agro, wir verschwinden von hier. Agro, wir verschwinden von hier. Ich dachte, ich könne jetzt cool abspringen und auf dem Rücken landen. Aber scheinbar war das jetzt gar nicht so toll. Wo ist es denn? Da hinten. Verfolgt es uns? Ich bleibe jetzt noch ein bisschen auf Agro, bis meine Energie wieder ein bisschen hergestellt ist. Okay, okay, okay. Es verfolgt uns! Es verfolgt uns! Abspringen. Okay. Nee, ich will wieder aufs Pferd steigen, aber mit dem Buben. Ja, komm her. Wir werden es jetzt mal ein bisschen nerven. Da hinten ist es. Feuer! Ja gut, das war... Oh, weg! Nein, gehst du weg, Pferdchen! Oh, verdammt noch mal! Seht euch das an! Lauf, lauf! Shit, 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 shit! Oh, das war jetzt aber scary war das! Habt ihr das gesehen? Seine Augen! Ah, shit, ich treffe nicht! Boah, es wird mir jetzt gerade einen übelen Schrecken eingejagt! Das klappt nicht. Ich muss mir was anderes überlegen. Ich kriege aber keinen Tipp irgendwie. Wo ist er? Da vorne ist er. Okay. Ich hab doch Angst. Steig aufs Pferd! Da hinten ist er. Vorwärts, Pferdchen. Ich hab noch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oh, 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 oh! Die Musik wird wieder bedrohlich. Boah, das vorhin war ja üble, kranke... Pfff, üble Scheiße. Ich muss irgendwie da ran... Shit! Mein Gott! Okay, ich schnall's noch nicht so richtig. Ich... Moment. Doch, ich hab ne Idee. Wenn er mich verfolgt, möchte ich ihn mal gegen einen Stein rasen lassen. Ich denke, das ist die Lösung. Für mein Problem. Wo ist er denn? Da. Ich will Schaden, wenn er einfach nur gemacht hat. Das ist ja schlimm. Los, komm, Donne hier rein. Nee, will er nicht. Oh, shit. Was? Eure Beine können euch unmöglich vor sein... Vor seiner Gefahr vortragen. Ja, sup... Oh, fuck, super Tipp. Echt ein super Tipp. Was soll ich dann machen? Was soll ich dann tun? Kann ich hier irgendwo hochklettern? Ja, das war jetzt echt ein super Tipp. Nee, sieht nicht aus, als ob ich hier irgendwas tun könnte. Wo ist er denn? Da. Bin ich hier sicher? Oh, Pferdchen, geh weg da, ja? Mein Gott, ist der übel. Wie gesagt, diese Tippe... Eure Beine können euch nicht vor ihm, äh... beschützen. Äh... Tolle Kamera an sich. Danke. Äh, ja, das... bringt alles nix. Das bringt alles nix. Wo ist er jetzt? Also, ich bin hier schon mal sicher. Das ist schon mal klar. Feuer! Yeah, ich habe ihm... Schaden gemacht. So könnte es aber klappen. Herr Pferdchen, geh bitte zur Seite. Wenn er nahe genug... Was? Warum ist da hinten auch Rauch? Ach, nee, da bin ich hergekommen. Wenn er nahe genug an mir vorbeirast, kann ich vielleicht draufspringen. Eventuell. Na? Nee, das war jetzt wieder... Ähm, ja. Nicht gut. Ja, Pferdchen bringe ich in Sicherheit. Das finde ich schon mal gut. Jetzt. Bereit machen. Nein, ich sehe kein Fell. Ich sehe überhaupt nix. Ähm... Ich glaube, der wird ein Problem. Ich glaube, der wird echt ein Problem. So, jetzt ist vielleicht meine Chance. Jetzt springen. Sich irgendwo festhalten. Nee, das bringt nix. Ich sehe überhaupt auch gar nix. Nee, er kommt viel zu... Wenig aus dem Sand raus. Whoa, wo ist er? Da. Hat er mich jetzt überrascht, dieser Penner? Oh mein Gott. Agro, geh dich bitte irgendwo verstecken. Oder... Ich weiss doch auch nicht. Brenne hier nicht rum. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Kann ich auch so nicht. Ähm... Ja. So triffst du mich aber nicht, oder? Nee. Ja, getroffen. Das Vieh ist extrem kurz. Rühne dich mal wieder. Komm zu dir. Oh, die Energie wird so langsam wieder aufgefrischt. Wenn er mich so einmal trifft. Pferdchen, geh weg. Wie komme ich auf seinen Rücken? Wie? Oh mein Gott. Ja, ich muss ihn auf jeden Fall zu mir locken. Ansonsten bringt das nix. Jetzt spring! Wie soll ich denn zu ihm hinkommen, bitte? Hä? Wie soll ich denn zu ihm hinkommen, überhaupt? Sobald ich mich ihm näher, kriege ich mehr als die Hälfte Schaden, die ich einstecken kann. Äh, und dann ist Schluss. Wow, sogar mein Stuhl knarzt vor lauter Aufregung. Ha. Okay. Das ist nicht ganz so gut. Okay, wo möchte ich hingehen? Möchte schon irgendwo äh, zu, zu Steinen hingehen. Wow. Voll in den Steinen reingedonnert. Pferdchen, lass mich bitte durch. Ich komm nicht hinter dem Pferd durch. Aber okay, dass das Pferd hier oben ist, das ist eigentlich auch gut. Feuer. Ja, ich hab einen Schaden gemacht. Wie gesagt, ich denke, ich muss, ähm, auf so einen Moment abpassen. Ähm, dann aber irgendwie auf seinen Rücken kommen. Aber das komm ich nicht. Also, sobald ich mich ihm näher, dann werde ich verletzt. Vielleicht der aufwirbelnde Sand, oder, oder, ich weiss doch auch nicht. Ja, ich mach ihm auf jeden Fall halbwegs Schaden mit dem Buchen, aber... Ja, und der Tipp, den ich da bekommen habe, äh, eure Beine können euch nicht von ihm davontragen. Mimimimimi. Was gibt mir eigentlich mein Schwert an? Wo ist er? Wo ist das verdammte Vieh da? Ähm. Ähm, ja. Sein Rücken, aha. Oh, sein Rücken ist verwundbar. Na, super. Hm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Shit. 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 Ich muss es versuchen mit Springen. Bringt das sonst nichts. Nein, seht ihr das? Ich... Nee, das ist... So kann es nicht klappen. Es kann einfach nicht. Es kann einfach nicht. Sobald ich mich ihm näher, werde ich verletzt. Hm. Was könnte ich denn sonst noch versuchen? Hm. Was könnte ich denn sonst noch versuchen? Wo ist der Penner? Da drüben kommt er. Wie gesagt, ich möchte ihn eigentlich gerne mal gegen eine solche Steinfront laufen lassen. Oder irgendwie so. Aber so kann ich nicht ziehen. Oh, lauf Pferdchen, lauf schneller. Ist was passiert? Nein, natürlich nicht. Wenn es klappen würde, hätte es jetzt geklappt, glaube ich. Wenn es klappen würde, hätte es geklappt. Jetzt ist er gesprungen, ach du... Oh, shit. Nein, 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 nein. Komm, Donner gegen irgendeine Steinsformation. Oh, mein Gott. Nee, Leute, das kann nicht funktionieren. Jetzt lass mich in Ruhe. Oh, mein Gott, das Vieh ist viel zu schnell. Shit. Leute, was soll ich tun? Alter, hat geklappt. Wo ist er? Er ist jetzt dagegen geknallt. Aber es hat nichts gebracht. Okay, dann ist jetzt guter Rat teuer. Scheiße. Dann verstehe ich echt nicht, was ich machen könnte. Komm her. Meine Beine können euch unmöglich vor seiner Gefahr vortragen. Ja, das weiss ich. Na? Nee, er knallt nicht dagegen. Oder nicht richtig, auf jeden Fall. Ja, meine Beine. Was will er mir sagen, diese komische Stimme? Äh, ja. Ich brauche irgendwie eine Idee. Ja, sein Rücken ist... Wie gesagt, sobald ich mich näher, werde ich getroffen von diesem verkackten Sand. Oder gibt es irgendwo eine Stelle, wo kein Sand liegt? Wo ich ihn dann quasi zwinge, aus der Erde zu kommen. Oder was? Ich weiss nicht. Ich versuche jetzt mal noch ein paar Mal, ihm Pfeilen zu schaden. Und wenn das nicht klappt, dann... Weiss ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Der Part ist eh bald zu Ende. Und dann kann ich mir ja was überlegen. Ja, ich kann hier auch noch weiter mit den Pfeilen attackieren. Aber es bringt scheinbar sehr wenig. Scheinbar. Ja, wo ist das Vieh? Ne, Agro kann es... Uh, Agro. Sei vorsichtig. Ich schieße doch nicht auf dich. Keine Sorge. Ich will auf das Vieh da schießen. Aha, verarsch mich nicht. Vieh! Es muss irgendwie nahe genug zu mir kommen. Aber sobald ich mich dann näher, werde ich getroffen. Und das nicht so knapp. Was sagt die Zeit? Ja gut, die fährte Stunde ist gleich rum. Wir haben nichts erreicht, quasi. Ja gut, wir haben den Koloss gefunden, aber... Was bringt mir das? Ne, das ist falsch so. Das ist echt falsch so. Agro, wo bist du? Wo bist du, Pferdchen? 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 Da, 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 da. Pferdchen! Aufsteigen und wegreiten. Ich mach mal hier noch eine Runde. Eventuell hab ich was übersehen. Also meine Beine können uns nicht vor seiner Gefahr davontragen. Das ist mir auch klar. Aber... Was könnte ich denn sonst noch tun, bitte? Der ganze Boden ist sandig. Wo bist du? Da hinten kommst du schon wieder an. Ne, ich... Ich versteh's echt nicht. Vielleicht dieser Stein hier. Ne, was soll er auch damit? Soll er ihn fressen? Vielleicht. Na? Er hat den Stein kaputt gemacht. Uh, er hat den Stein kaputt gemacht. Fuck, 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 fuck. Sieht so aus von scary aus. Leute, ich hab Angst. Jetzt! Nein, ich konnte mich nicht bewegen. Leute, wir haben ein Problem. Aber darum kümmern wir uns erst beim nächsten Mal. Das war's für heute mit Cherry of the Colossus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!